Ja, der Futsch-Fussball-Weltmeister steht fest und das macht heute sonst noch Schlagzeilen. Eine Frage der Optik und der Sommer geht weiter. Gewitter, Gazastreifen, Gazastreifen, Israel, 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 Jugendliche getötet. Hamas, die Hamas, Gaza, Hamas auf Israel, Israel, Gaza, Israel, Hamas, sagt die Hamas. Israel, Gaza, Ägypten, Israel, Südisrael, Israel, Gaza, Hamas, Israel, Gazastreifen, Israel, ein krankes Pony, Palästinenser, oh la la. Mamma mia, da hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, Südafrikaner, sondern Südafrikaner, umgekehrt, nicht Südamerikaner, sondern Südafrikaner. Und damit noch zurück zu Moskau. Bei der Flugschau geraten die Farben der französischen Nationalflagge durcheinander, links rot statt blau. Soviel von uns für den Moment. Jetzt hier Meteo und danach der Schweizer Filmklassiker Ueli Derknecht. Wir sind nach Reporter zurück um 23.15 Uhr. Einen schönen Abend Ihnen und bis später. Meteo wird Ihnen präsentiert von RISE. Wir haben schöne Bilder bekommen, zum Beispiel das hier. Das ist eine Gewitterwoche. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von RISE. Priesens Film Zürich zeigt Ueli Derknecht. Nach dem Roman von Jeremias Gotthelf. Ein Schwarz-Weiss-Film aus dem Jahr 1954. In einer Beiz. Ueli schenkt ein. Ueli Bäuchlings auf dem Bett. Ein Schuh rutscht ihm vom Fuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017